Hey Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Euer Husni Aschraf am Start. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum hat der Typ so lange Zeit keine Videos mehr gemacht? Seid gleich einfach ganz gespannt und ja, den Grund dafür, checkt ihr gleich ab. Warfitti hier, Warfitti da. Was ist mit dem Typen los? Was ist mit dem Typen los? Meine Gruppies haben Kurven wie das Gleichzeichen. Baba, Rapper, Kata, Messer. Der Code ist stabil, so wie Zabba, Letta, Barcelona, Lionel Issa. Dribbeln mich durch, dieser Junge ist ein Kriegser. Mit falschen Leuten gibt es keine Shakehands. An all die YouTuber, fick auf eure Freunden. Ich komm mit der Klick. Ja, die gehört zehnmal. Ich hab gehört, YouTube-Moto läuft gar nicht mehr. Was hast du jetzt vorhin zu? Oder ich erkläre dir. Den Teaser dazu habt ihr ja gerade gesehen gehabt. Ich erkläre euch ganz kurz im Format, was abgeht, wie es bei mir weiterläuft. Und zwar folgendes, Freunde. Ich hab wirklich, was Shisha-Szene betrifft, alles zerstört. Ich hab jeden Mist mitgenommen. Und ich hab 110.000 Abonnenten gemacht in einer kurzen Zeit. Okay, ich muss sagen, anderthalb Jahre. Aber macht erstmal anderthalb Jahre, 110.000 Abonnenten. Ihr wisst ganz genau, Shisha ist so, da gibt es nur eine bestimmte Reichweite und eine bestimmte Zielgruppe. Musiker feiern keine Shisha-Leute. Comedy-Dachsteller feiern keine Shisha-Leute. Da sind einfach nur Shisha-Liebhaber, die Shisha-Community wie ich, die ein Shisha-Schmitty wie ein Nico Slobo einfach feiern oder fiebern beziehungsweise. Da sind auch wahre Fans, die einem auch folgen. Aber Leute, mach mal ganz, ganz ehrlich. Ich habe alles erreicht, was man erreichen kann auf YouTube, was Shisha-Szene betrifft. Und ich habe eine zweite Leidenschaft entdeckt. Und das wird auch auf jeden Fall definitiv meine Leidenschaft des Lebens sein. Und dabei hab ich auf jeden Fall meinen Bruder Denno am Start. Der unterstützt mich auch dabei, wie gesagt. Und ich wachse mich da rein. Und ihr habt das doch bestimmt gerade gesehen und gehört gehabt. Eine kleine Szene von mir. Und am 16. Februar kommt mein erster Song auf meinen YouTube-Kanal mit einem Video-Premiere. Auf meinen YouTube-Plus. Na selbstverständlich auch Spotify und überall erhältlich. Auf jeden Fall. Und ja Leute, ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll, aber Shisha wird immer da sein. Hier, ein Zug. Ich habe die Zähne auseinandergenommen. Shisha werde ich immer rauchen. Shisha wird immer ein Teil von mir bleiben. Aber wie gesagt, ich springe aufs neue musikalische Webgeschäft ein und werde da 100%, 200% geben und werde mein Bestes draus machen. Auf jeden Fall an die ganzen Leute, die den Bruder hier seit Tag ein supporten. Ich finde, ihr müsst eine Entscheidung respektieren. Wenn ihr wahre Fans seid, auch vor allem akzeptieren. Und die neuen Songs, die ihr gemacht habt, sind auf einer Bretter, Alter. Das kann ich euch mit Ansage sagen. Auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, so, er hat das schon erwähnt. Also supportet mich weiterhin trotzdem. Auch, obwohl ich nichts mehr mit Shishas. Also ich werde trotzdem Shisha rauchen, diesmal. Und natürlich eure Fragen bei Instagram, Snapchat, Facebook beantworten, was Shisha-Fragen sind und alles Mögliche. Aber wie gesagt, ich springe in ein neues Webgeschäft ein. Und ich möchte, dass die Wahl- und Fanbase trotzdem bei mir vorhanden ist und mich trotzdem weiterhin supportet. Und ich hoffe natürlich, dass wir viel mehr zusammen erreichen, als wir es bis jetzt getan haben. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, Freunde. Schöne Grüße an Tomko Kocha auf jeden Fall für den starken Support, den ich immer von euch bekommen habe. Ihr seid die Besten auf jeden Fall. Ja, Digga. Bleibt gespannt auf die Zukunft. Richtig. Unikarp 05.11. Husni, Aschraf. Hanno Kodex, ihr wisst Bescheid. Ja, Mann. Haut rein. Bis. 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 Bis.